Ja, ich bin ja ein großer Fan der AirTags. Ich nutze die für alle möglichen Experimente. Neulich wieder für einen Kindergeburtstag, um eine Schatzsuche zu machen. Ich borg die auch regelmäßig anderen Leuten aus. Entsprechend muss ich sie regelmäßig zurücksetzen. Heute auch wieder und ich dachte, ich nehme euch einfach mit und ich zeige euch, wie es geht. Es gibt zwei Varianten, wie man die AirTags zurücksetzen kann. Es gibt eine einfache mit iPhone und eine bisschen aufwendigere ohne iPhone. Fangen wir mit der einfachen an. Dazu nimmt man das iPhone, geht in die Wo-Ist-App. Ich bin hier schon drin. Das ist noch das Überbleibsel des Kindergeburtstags. Das ist noch als Schatz eingetragen. Der AirTag, der da unten. Und da gibt es einfach da unten die Option Objekt entfernen. Von Apple ID entfernen, jawohl. Entfernen. Bling, bling. Und er ist wieder frei. Und wenn wir ihn jetzt daneben halten, mal schauen. Da kommt er schon. Das klappt wirklich so. Ich bin großer Fan der AirTags. Die funktionieren einfach so einfach und zuverlässig. Verbinden wir ihn wieder. Wir nennen jetzt Fahrrad. Akzeptieren. Akzeptieren. Fahrrad. Wir setzen ihn gleich nochmal zurück. Und das Fahrrad von Raphael ist gefunden. Und wir haben es. Was, wenn wir aber kein iPhone haben. Es kommt ja auch vor, dass ich die Dinger ausboge und ich kriege sie zurück. Und Leute haben vergessen, sie zu entkoppeln. Sollte man nicht. Aber kann halt vorkommen. Dann funktioniert es folgendermaßen. Man öffnet den AirTag. Ich mache immer zwei Finger drauf und drehe. Schon haben wir ihn offen. Und dann nehmen wir die Batterie raus. Jetzt muss man die Batterie fünfmal wieder einsetzen. Einmal. Ton. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und jetzt wird es spannend. Jetzt müsst ihr auf den Ton achten. Habt ihr gehört? Und jetzt können wir ihn wieder schließen. Willst du wohl? Vorführeffekt. Jetzt habe ich es verklemmt. Jetzt ist er zu. iPhone wieder daher. Und jetzt müsste hier ein neuer AirTag auftauchen. Und das tut es. So einfach. Und in unterzeiher schon zehn Minuten. In unter fünf Minuten. Ja, in knapp drei Minuten haben wir das vorgeführt. Ist wirklich sehr, sehr einfach. Sehr, sehr zuverlässig. Hat natürlich ein bisschen das Risiko, wenn man seinen AirTag irgendwo verliert. Dass ihn die Leute natürlich so auch zurücksetzen können. Da muss man sich schon bewusst sein. Der AirTag klebt nicht auf ewig am eigenen Apple-Profil. Wenn man den jetzt irgendwo an einem Fahrrad sehr offensichtlich dran hat, kann es auch sein, dass die Leute nicht das Fahrrad, sondern den AirTag klauen und ihn so dann auch zurücksetzen. Das ist ein bisschen das Risiko am Ganzen. Oder wenn man halt irgendeinen AirTag auf sich findet, der nicht einem ist, der einem jemand runtergejubelt hat, kann man nicht nur die Batterie rausnehmen und ihn wegschmeißen. Nein, man kann ihn halt auch zurücksetzen. Das ist wie mit jeder Technologie positiv und negativ. Und man sieht es ja auch bei Google und Apple, die ja jetzt zusammenarbeiten, um das unerlaubte oder heimliche Verfolgen von Leuten mit diesen Trackern ein bisschen zu unterbinden. Bislang musste man ja bei Android immer eine spezielle App installieren von Apple inzwischen oder inzwischen mit dem neuen Android dann irgendwann im Herbst, so dann das Update auf eurem Android-Handy ankommt, gibt es ja dann auch automatisch eine Warnung, wenn einem jemand dann ein AirTag untergejubelt haben sollte. Aber in erster Linie sind sie einfach unglaublich praktisch auf Reisen und eben für lustige kleine Experimente. Falls ihr übrigens noch andere Ideen habt, die man mit den AirTags machen kann, immer unten in die Kommentare oder falls ihr Fragen habt natürlich auch, aber das ist ja jetzt heute mal ein ziemlich simples Video unter uns. Falls es trotzdem gefallen hat, Daumen nach oben, falls ihr findet viel zu simpel, viel zu kurz, Raphael, Daumen nach unten. Und falls ihr weiterhin so kurze Videos, nein, die meisten sind ja viel, viel länger, sehen wollt, dann Abo abschließen für diesen Kanal und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.